Entschuldigung, ich wusste gar nicht, dass ich ein Lichtschalter bin, aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, turnst du mich an. Hättest du Lust, eine Formel kurz auszufüllen? Jedes Mal, wenn ich dich sehe, versüße ich mir den Tag. Hast du aber toll gesagt, danke dir. Was geht, was geht, Jeremy? Welcome back, boys, zu einem neuen Video hier auf der FIVO. Let's go! Heute machen wir nicht irgendein tolles Video, nicht irgendein spannendes Video, wir machen einfach irgendein Scheiß-Video. Wann ich da hin? Oh nein! Scheiße! Was macht der Veganer hier? Der Fräische ist er hier. Muskeln haben. Bro, halt mal, auf jeden Fall machen wir heute so eine kleine Wristen-Challenge, wo ich, Jeremy, gute Anbachsprüche geben werde. Und ich, Robin, gute Anbachsprüche geben werde. Und vielleicht auch nicht so gute Anbachsprüche. Ich glaube, wir werden die rausgeschmissen. Es wird extrem unangenehm, es wird extrem witzig. Ich glaube, ihr könnt euch auf was richtig krasses freuen. Ich glaube auch. Ich darf ja auch die Chick für dich aussuchen. Ich darf das Mädchen für dich aussuchen, weil ich zu ansprechen muss. Ich hab Angst. Hätt ich auch. Vielleicht wird sogar Mädchen. Also, wir machen jetzt Schnickschnack-Schluck. Wer anfangen darf, also wer jetzt gewinnt, darf das erste Mädchen aussuchen. Oder den ersten Jungen. Bis drei. Schmickschnack-Schluck. Du Schwarz. Schmickschnack-Schluck. 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 Scheiße. Ich hab keinen Bock, ich hab keinen Bock. Also, die hier. Die, Bro, ich, Leute. Also, wir tun uns erstmal für den Anwärtspruchs. Erstmal überlegen wir uns den guten Anwärtspruchs für den guten Robin. Und danach suchen wir uns ein Mädchen an. Mischst du nicht? Robin Wichser. Ist das nicht normal, du Digga? Mein Gott. Dieser Scheiß ist teuerflüchtig, du mein Abgeordneter. Dieser Pisser. Bist du's? Wow, können wir ein Foto machen? Ja. Oh Mann, Alter, können wir ein Foto machen? Ja, kannst du ein Foto machen? Hallo. Hast du einen guten Anwärtspruch für ihn? Einen Anwärtspruch? Digga, ich hab mir in mein Bett gewiss, ich kann nicht mehr drin liegen. Es klebt so, kann ich hineinschlafen. Habt ihr schon gefunden? Ich hab gar nicht gewusst, dass ich ein Lichtschalter bin. Aber jedes Mal, wenn ich dich seh, hörst du mich schon ziemlich an. Wie findest du die Idee? Findest du gut? Ich glaube, wenn ich angeschlafen würde... Wäre das ziemlich unangenehm. Ja, unangenehm. Aber vielleicht klappt es ja. Vielleicht klappt es ja. Denkst du, du kriegst die Nummer? Nein. Denkst du, er kriegt die Nummer? Von wem? Keine Ahnung. Äh, ne. Ich glaub schon. Ich glaub schon. Also, ich hab jeden guten für Robin gefunden. Für dich haben wir welche gefunden. Die ersten, die da vorne am Strand stehen. Jetzt los. Digga, kriegst du ihn. Bro, die steht grad... Scheiße, okay, ich steck mal rein. Wenn die weg geht vom Strand... Steht der mit ihrer Mutter? Ist egal. Dann kriegst du die Mutter auch noch. Zehner, wenn du die Mutter auch noch eine Nummer kriegst. Nee. Also, wenn sie weg geht vom Strand, dann erklärst du die dir. Auch wenn die FIBO zu verpassen scheiße ist. Was noch viel mehr scheiße ist, ist die FIBO Aktion bei ESN zu verpassen. Denn bei der Aktion gibt es bis zu 50% Rabatt mit dem Code Jeremy auf das ganze Sortiment. Also, natürlich dicke Rabatte auf Daily, IsoClear für Expresso, noch mehr IsoClear. AffliStack Wurm für diese drei weiblichen Zuschauer von mir. Natürlich aber auch AffliStack Man, was auch immer man hier will. Oder auch hier drüben haben wir die Designerbars. Auch auf die gibt's dicke, fette, mega geile Rabatte, so wie die Oldbars. Und natürlich auch alle anderen Produkte im Sortiment. Robin, was würdest du empfehlen, was soll man sich auf jeden Fall mitnehmen? Ich würde euch auf jeden Fall die Basis einfach für alles empfehlen. IsoClear und Designer-Way einfach die Proteins. Die Proteins, weil ohne... Also, normales Whay schmeckt einfach wie ein fucking Milchshake von McDonalds oder so. IsoClear einfach wie eine Proteinlimo oder eine Cola ohne Kohlensäure. Richtig geil, Kreatin ist einfach die Basis. Oder halt ein Sirup oder ein Eis hier oder so. Ja, schon die teuren Sachen, Bro. Schon die coolen Sachen. Schon die coolen Sachen. Schon die coolen. Aber... Mit Code JEREMY maximal sparen. Also meine Top-Empfehlung für euch ist ein Schockler-Kaufen. Aber die Essentials... Wieso? Wieso hat Robin bei den Essentials gesagt IsoClear and Designer-Way? Weil ohne Proteine baut ihr keine Muskeln ab. Also das allerwichtigste, allererstes ist eure Proteins zu decken, um genug Proteine zu konsumieren. Danach kommt alles andere. Danach kommt Kreatin. Einen geilen Booster für nach dem Training. Ja, Booster für nach dem Training. Computer. Booster für vor dem Training. Solltet ihr meinen Crank-Focus vorm Schlafen gehen? Hahahaha. 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 Kleine Seite noch, Crank-Focus-Pro solltet ihr nicht... Hahahaha. Hahahaha. Dinger, Robin ist einfach behindert. Ich verbiss mich von dem. Also, kleine Seite noch. Den normalen Crank solltet ihr nicht kurz vorm Schlafen gehen nehmen, weil da habt ihr zuviel Koffein drin. Und wenn ihr den Crank-Pump-Pro nehmt, könnt ihr direkt auch vorm Schlafen gehen nehmen. Hahahaha. Hahahaha. Die fragen sich auch nur, was wir hier Scheiße noch machen. Aber auf jeden Fall, den Crank-Pump-Pro könnt ihr auch kurz vorm Schlafen gehen noch nehmen. Wenn ihr dann trainiert, dann ist kein Koffein drin und dann könnt ihr immer noch schlafen. Wenn ihr durch den Tag so nehmt. Aber Crank ist eine coole Option, weil ihr habt ja auch noch Fokus und Crazy Power drin. So wie den Pumpen natürlich. Mandy, willst du sagen, was du den Leuten mehr empfehlen würdest? Crank oder Crank-Pump-Pro? Crank-Pump-Pro. Crank-Pump-Pro. Ja. Also, Mandy steht auf nem richtig krassen Pump. Hahahaha. Kann ich euch aber auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr den krassen Pump haben wollt, den es gibt. Crank-Pump-Pro, the way to go. Ja. Hahahaha. 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 Entschuldigung. Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Lichtschalter bin, aber jedes Mal wenn ich dich sehe, turnst du mich an? Das ist nicht das ja, er ist der schlechtste Spruch. War der so schlimm? Der war sehr schlecht. War der wirklich so schlimm? Ein bisschen. Ah. Naja, auf der Skala von 1 bis 10, oder? Ja, Skala von 1 bis 10. Bewertigen. 0,5. Einen 0,5. Oh nein, der war so wirklich auch eh. Hahahaha. Okay, ähm, also, war nicht cool. Wie sieht es aus, Pro? War eine 0,5. Ist das okay für euch? Wenn wir das posten? Ja, kein Problem. Du gehst in Kontakte, ne? Bei Telefon mein ich, bei Telefon. Dann geht der hin, nimmt quasi dieses Kontakte, geht auf Plus und dann sagt der so, Entschuldigung, irgendwie so mäßig, ja, wegen Afibo, könntest du mal so ein Formular ausfüllen oder so eine Umfrage? Ja, klar, und dann zeigst du das so hin und dann musst du dir das ausfüllen. Weißt du? Ja, let's go. Da habe ich auch schon direkt das erste gefunden. Guck mal da, auf diesem Morgkake. Ich glaube, wir verstecken uns mal ein bisschen jetzt hier unauffällig und Jeremy, auf geht's mal. Ich erkläre euch kurz den Anmarspruch, weil der ist cool von Robin. Also er ist so, ich gehe so zu hin, so gribble das Ganze, mach so, ey, ich bin ein Athlet von ESN und wir füllen hier, wir machen hier spezielle Umfragen, damit die Leute möglichst glücklich sind in der ESN-Halle von der Fibo. Und dafür müsstest du, um unsere Extremstadt selbst, müsstest du uns nur dieses Formular ausfüllen. Boom! Oh shit! Also ihr kennt den Ries, ihr wisst, wie es geht. Ihr wisst, wie es geht und wir machen das jetzt. Denkst du, ich krieg die Nummer? Ich glaube, safe. Ich sag, ey, zu 99% Bro, zieh durch. Was denkst du? Krieg ich die Nummer? Solange sie keinen Freund haben. Ich glaube, du wartest wahrscheinlich auf unsere Freunde dann rein. Aber wenn nicht, dann ja. Entschuldigung. Ich bin von ESN, wir machen so ein bisschen, weil wir sind ja in der ESN-Halle von der Fibo, machen so ein bisschen Umfragen, damit wir die Fibo ein bisschen verbessern können im ersten Teil. Hättest du Lust, eine kurze Formular auszufüllen? Ja, gerne. Okay. Hier. Ich glaub, es war ein Formular. Aber ich bin mir sicher. Aber jetzt ehrlich, wie findest du es hier? Ist eigentlich schon cool. Auch die ganze Halle und die ersten hat so ein ganzes Riesending. Ja. Schon krass. Ich bin voll überwältigt. Ja, ist cool. Und ich bin gespannt, wie es die nächsten Tage ist. Willst du die nächsten Tage auch noch hier sein? Ne, ich bin leider nur heute hier. Okay. Cool. Danke dir vielmals. Viel Spaß noch auf der Fibo. Ciao. Statt, Bro. Wie heißt sie? Jana. Ja, der hat gesagt, die kennt mich. Crazy. Aber guck mal, das war korrekt. Der Amberspruch war gut. War cool von mir. Ja, war cool. Meine war auch nicht so schlecht. Komm, eine 0 von 5 war es nicht. War schon eine 2 von 5. Da muss ich mir jetzt auch mal selber auf die Schulter klopfen. Der war crazy. Okay, weiter geht's. Bisschen wie eine Designer war. Extrem gut aussehen. Lecker. Crispy. Astaga. Okay, okay. Also wir machen jetzt bei der Challenge bei Schwarzschwald schon mit. Los, komm Robin. Dann geht's mir hier. Komm. Komm. Come on. Push, push, push. Schön, schön, schön. Nicht langsamer werden. Nicht langsamer werden. So schnell bleiben. Schön locker. Schön alles geben. Tück, 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 tück. Geil, geil. Come on. Come on, dann nur noch fahren. Komm on, schnell los in die wir langzeit. Come on. Drück, tück, 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 tück. Come on, come on, come on. Let's go. Digger, Waffe. Kriege ich jetzt einen Döner-Teller? Döner-Teller auf meinen Nacken. Döner-Teller auf seinen Nacken. Döner-Teller auf seinen Nacken. Geil, aber geil. Das ist crazy. Willst du auch machen? Okay. Okay. Ich kann Challenge nicht ablehnen. 4, 5, 6, 8, 8, 8, 9, 20, 30, 40, 40, 40, 40, 50. Richtig geil. Ja. Hättst du gedacht, wir schaffen's? Ja, ich hab schon gedacht, ihr schafft es. Ich sag dir ehrlich, hab's nicht gedacht. Entschuldigung. Woher gekommen ist? 50, 40 Sekunden. Boah. Aber war stark. War gut. Bro, können wir den Cock messen? Da brauchst du nicht so langes, Digga. Darf ich eure Nummer haben? Also Bro, ich hab ne gute für dich gefunden. Lido's Hintzen im Pink. In halben Nacht soll du das haben noch nicht. Ich krieg in der AG sein. Diese Rolex verloren. Ich glaub, das ist die erste Rolex, die ich immer schon im Leben angefasst hab. Digga, du hast nur so lange Hosen, Bro. Du hast keine Kürzerin gefunden. Aber wie wir wissen, steht Jeremy auf Dude. Nach das letzte Abzugscheiße gelaufen ist, wie wir es jetzt nochmal mit dem Designer war. Mit dem Designer war man spruch. Und ich hatte nochmal einen Tipp. Ich muss nochmal praktischen. Aikido. Du bist wie ne Designer war. Siehst richtig hoch. Siehst gut aus. Du bist lecker. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, dann wässerst du meinen Tag. Gibst du eine Designer war? Darf ich denn immer ab? Ja. Die ist jetzt gerade bei der Beorad am Glücksrad. Und wenn die weggehst, dann fährst du die nicht. Ich sag euch ehrlich, Rob, ich krieg das hin. Entschuldigung. Bist du ein Designer war? Was? Ja, gerne. Bist du ein Designer war? Weil du gut aussiehst, gut riechst. Und jedes Mal, wenn ich dich sehe, versuchst du mir den Tag. Hast du aber toll gesagt. Danke dir. Von 1 bis 10, wie war der? Der war ne 9. Ne 9? Ja. Würde es reichen, um deine Nummer zu klären? Was? Reicht auf Instagram? Ja. Guck mal. Nummer geklärt. Ey, die Jungs, ich hab's euch allen gesagt. Er hat die Nummer geklärt. Crazy. Hast du gefragt wegen Posten? Hast du gefragt, ob es okay ist? Posten. Ey, noch eine Sache. Entschuldigung. Noch eine Frage. Ist es okay? Wir haben das Ganze für YouTube aufgenommen. Wollen wir das posten würden? Ja, könnt ihr machen. Danke vielmals. Sie wohin, Digga? Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Crazy geht auf die Bühne. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Okay, Bro. Dann, jetzt bin wieder ich dran. Also, du musst mir einen Amarspruch geben. Hast du einen guten? Ich hab einen richtig guten und ich sehe auch schon ein Mädchen. Also, Bro, ich hab einen guten Amarspruch für dich. Jetzt bin ich gespannt. Gehst du den nächsten Chick und sagst so. Was kommt? Ey, ich will heute, ich will demnächst im Gym neuen PR aufstellen und ich wollte dich fragen, ob du mich Gym Date mäßig spotten könntest. Was? Gym Date mäßig spotten könntest. Spotten. Okay. Und dann sagst du so, ja, das hast du so Gym Date mäßig. Weißt du? Also, warte, ich muss hier kurz selber so Aikidoen, dass er auf mich fitnet. Entschuldigung. Ich hab heute Abend vor, einen krassen PR zu drücken. Ja. Aber ich hab leider noch keinen Spotter. Würdest du mir da helfen? Das wär's gut, Digga. Abworte. Jetzt musst du mir noch eine Dame ausmachen. Demi Blonde. Ich hab heute Abend vor, einen PR zu machen und ich brauch leider noch einen Spotter. Um Wimmels Willen. Könntest du mich spotten und dafür deine Nummer mir geben? Und dann vielleicht heute Abend? Ich und spotten? Ja, du und spotten. Meinst du hier auf der Messe oder? Ne, nicht auf der Messe, einfach irgendwo im Training. Du siehst stark aus. Wenn eher sie, im Gegensatz zu mir. Du hast eh gesprochen. Boah. Ich kann jemanden Insta geben. Lieber die Nummer. Danke vielmals. Hey, hab mich gefreut. Ebenso. Ciao, ciao. Ja. Hast du gefragt gegen YouTube? Ja. Ich hab sie nach Nummer gefuckt. Ich hab mir gesagt, ich kann dir mein Insta geben. Nee, Bro. Gib mir deine Nummer. Was hab ich gekriegt? Die Nummer. Boah, ihr seid schon ordentlich stabil. Danke dir. Wie geht's gut? Danke dir. Ja auch. Guck auch. Was ist das schon überbrochen? Oh shit. Rolex, Rolex. Ungefähr. Nah, nah dran. Aber ich find die wirklich schön. Es ist unbelohnt, ich find die schön. Die Richtigkeit wollte ich mir aufholen, sag ich dir ehrlich. Dann hab ich gemerkt, dass ich kein Geld hab. An dieser Stelle noch mal ne kleine Message. Es ist nicht was Schlechtes, irgendwie Mädchen ansprechen. Ich sag nicht, ihr sollt einfach jedes Mädchen, das ihr das Schraubste seht, ansprechen oder so. Doch, sollte. Oder probieren, irgendwie mit möglichst vielen Mädchen rumzumachen und so schrauben. Das find ich absoluter Bullshit. Robin steht dafür, Robin steht da drauf, Robin macht das. Hat Spaß, Mann. Auch mit Dudes, wir wissen's, Bro. Es ist okay. Nee, aber ich will einfach damit sagen, dass man die Confidence auch aufweisen sollte, einfach mal ein Mädchen anzusprechen. Ob es ein Scheißer macht, wo es ein guter ist, scheißegal. Es kommt nicht mehr drauf an. Wir können auch einfach so eine Mädchen hingehen und sagen, ey, ich find dich wirklich hübsch. Könnt ich deine Nummer haben? Und können wir meistens. Ich find's auch so cooler jetzt wie über Insta, Snapchat oder so. Ja. Hat was. Es hat Stil, es hat Klasse. Kann euch auch die Dame hier hinter der Kamera, kann euch die Dame hier in der Kamera auch bezeugen. Ist cooler, ist besser. 2 1 2 2